So, Hallihallo liebe Leute, schön, dass ihr da eingeschaltet habt, noch eine weitere Folge von Battlefield 4, wir zocken mit der CSLR, Snipergewehr, 6-fach und 14-fach, Zoom mit drauf, ich bin wieder auf dem falschen Account oder immer noch auf dem falschen Account, deswegen bin ich Level 2 erst, letzte Folge Leute, unbedingt angucken, geil rasiert mit der Sniper auf Shanghai, unbedingt angucken, richtig, richtig geil, hat richtig Bock gemacht, mal wieder seit langem, ich fand's richtig schön und ich hoffe, dass wir jetzt hier auf der wunderbaren, offenen Map auch ein paar coole Kitschen kriegen, so, wir gucken mal, wir zocken Eroberung, wer es noch nicht gemerkt hat und ich bin wieder als Scharfschütze unterwegs, so, na komm, wir wollen heute was geiles reißen, die letzte Folge war so richtig, also hat sie wirklich richtig Bock gemacht, ich weiß gar nicht, seit wann ich mal wieder so viel Spaß in dem Battlefield hatte, war ein richtig geiles Gerät, so, ich meine, die Position ist nicht schlecht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir wieder mal nicht die Einzigen sind, die snipen, ich würde auch sagen, wir gehen ein bisschen heran vielleicht, das wäre gar nicht so verkehrt, wir müssen noch aufpassen, links auf die Insel, die ist natürlich auch mal sehr gut besucht, momentan noch von uns eingenommen, also sollte jetzt erstmal keine große Gefahr, sag ich mal, davon ausgehen, weil da höchstwahrscheinlich hoffentlich noch keiner kämmt, ich weiß nicht, ob die Schüsse, die jetzt hier gerade entgegen geflogen kommen, uns gelten sollten, oder nur irgendwie blöderweise hier hinfliegen, wir gucken mal, Landmass holen, unsere Homies, Panzer, Panzer, kann ich leider nichts anfangen, wir müssen mehr hoch, wir müssen mehr hoch, wir müssen mehr dahin, wir müssen mehr ins Geschehen, Freunde, mehr ins Geschehen, gucken mal, ob wir ab und zu was sehen, da oben ist einer von uns drauf, komm schon, komm schon, komm, shit, shit, die hat ihn geholt, das wäre auch zu geil gewesen, wenn wir den direkt erstmal weggeschottet hätten, das wäre auch zu geil gewesen, aber ich meine, wir wissen ja, dass hier auch vieles geil ist, so kann man ja jetzt auch nicht sagen, wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta verholt, oh, ja, das war richtig schlecht, komm schon, komm schon, was steckt sich in den Containern, Herr Gimp? südlich deiner jetzigen Position scheinen feindlicher Helikopter zu sein, komm schon, ernsthaft, Digga, ist da so ein krasser Bullet Drop drin, oder was? Möchtet ihr mich verarschen? Ich treff den nicht! Ich treff den nicht! Wo ist er jetzt? Ich treff den nicht! Ich weiß gar nicht mehr, der Bullet Drop war bei Battlefield viel, glaube ich, viel höher, ne? Der war bei Battlefield viel, glaube ich, viel, viel höher. Müssen wir jetzt echt mal wieder erst ein bisschen reinkommen, um die ganzen Bullet Drop Geschichten hier rauszufinden, wie das damals hier war am besten. Okay, er ist tot. Läuft hier jemand? Ich werde irgendwie so angehört, ne? Wir hätten kommen Schiff, das ist aber extrem weit weg. Ob wir damit irgendwas anfangen können, das weiß ich noch nicht, Freunde. So, wir gehen hier hoch, wenn's geht. Oh, D ist auch eingenommen, das ist gar nicht gut. Wieder auf 6-fach. Das wäre zu schön gewesen. Er war zu weit weg. Oh, shit. Von wo snipen die? Ich will mich interessieren, von wo die snipen. Ich will das wissen. Obendrauf, auf dem Berg vielleicht wieder irgendwo? Oh, da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben gerade. Wahrscheinlich campen die wieder irgendwo hier in den scheiß Gräsern irgendwo rum. Hier ist jemand, hier ist irgendwo jemand. Oh, shit. Ist von uns okay. Ich habe Angst, dass es jemand ist, aber wenn jemand wäre, wäre es schon eingenommen, glaube ich. Hier lädt doch irgendwo jemand nach. Umdrauf oder unten? Umdrauf, oder? Oh, shit. Oh, Digga, was machst du? Komm schon. Ernsthaft, was soll denn das? Komm, bleib mal. Alter, ich habe gerade schon an mir gezweifelt, Digga. Oh, shit. Hier ist jemand. Komm, schon noch jemand? Okay, es sieht gut aus. Wir nehmen das Ding jetzt zurück. Nice. Eine Claymore wäre sowas von Gold wert, sowas von Gold wert. Ist da noch jemand? Unser Homie, warten kurz, damit wir ein paar Punkte kriegen. In der Zeit, wo die hier deffen, können wir hier mal rausgucken. Ich sehe nichts. Komm schon. Mann. Okay, sie kommen hoch. Er versucht sich zu heilen, okay. Digga, habt ihr den? Okay, sie haben den. Nice. Komm, drüben ist jemand. Ist wieder jemand. Und es könnte auch sein, dass jemand hochkommt. Woo. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall von drüben aufpassen. So, komm. Hier hin. Ich habe Angst, dass hier einer hochkommt. Das Zweibein ist geil, aber manchmal ein bisschen unpassend. Äh. Das ist, glaube ich, jemand oben gelandet, ne? Wir haben Einsatz für Bravo erobert. Oh, wir sind wieder welche und der ist oben drauf. Der ist oben drauf. Der ist oben drauf. Scheiße. Der ist oben drauf. Oben drauf ist der. Guck mal, ob die jetzt irgendwie runterkommen hier. Können wir die irgendwie kriegen, wenn die nicht runterkommen? Kann man irgendwie? Ich weiß nicht, man kann bloß abspringen wahrscheinlich nach oben. Weg nach oben, ne? Oh, da hinten. Da kommt sie jetzt. Da kommt sie jetzt. Da kommt sie jetzt. Komm schon. Alter, warum sind die alle tot? Auf was schießt du, Digga? Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ich muss hier raus, Freunde. Ich muss hier raus. Ist erstmal egal. Hauptsache, wir kommen erstmal raus. Die Base haben wir eingenommen. Wir wollen noch ein bisschen was anderes machen. So. Gehen wir mal hier hinten lang vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir auch hier hinten über den Felsen lang. Es könnte sein, dass wir da ganz gute Karten haben. Und die uns da hoffentlich nicht sehen. Alter, wie wir die runterbrüllen. Guck mal. Die haben uns noch 390 Tickets. Die haben wir gleich fertig. Kills habe ich. 4-0. Ja. Muss besser gehen. Aber naja. Einsatz 10 Ecke wurde erobert. Irgendjemand snipet auf uns. Aber von wo? Von wo? Von hinten irgendwo. Hey, von wo? Südlich von uns. Hä? Hä? Okay. Südlich ist bei mir was anderes. Aber naja. Gut. Südlich ist bei mir was anderes. Okay. Vielleicht hat er den aber auch gar nicht gemeint. Mann! Oh, was soll denn das? Vielleicht hat er den aber auch gar nicht gemeint. Südlich ist schon ganz schön krass. Okay. Wir versuchen den mal wegzuholen hier. Bloß der ist ein bisschen extrem weit weg. Ob wir den irgendwie kriegen, das weiß ich nicht. Da müssen wir schon verdammt hochzocken. Verdammt hochzielen. Oh shit. Das wäre auf jeden Fall extrem in Long Range. Muss ich natürlich erstmal gucken, wo der Typ ist. Da oben auf dem Damm drauf. Aber wo genau? Ist bestimmt jetzt auch schon wieder auf einer anderen Seite. Oder woanders hingerannt. Was die Sache nicht gerade einfacher macht. Aber wir gucken mal. Ich würde mich zum Beispiel da oben auch hinlegen. Was bestimmt jetzt auch wieder keiner mehr macht. Ich würde mich zum Beispiel da oben auch hinlegen. Getroffen. Digga, komm schon. Okay. Wo ist der nächste? Da sind einige los. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Schnell wieder rein. Komm schon. Schönes Ding. Schönes Ding. So, haben wir da drüben irgendwo welche, die rumgeliehen? Oh shit, kommt jetzt einer von links oder was? Nicht getötet. Mann, warum kriegen wir denn... Warum treffen wir die immer nicht? Ich glaube, der Bullet Drop ist ziemlich hoch bei Battlefield 4. Der Bullet Drop ist, glaube ich, extrem hoch bei Battlefield 4. Getroffen. Getroffen, nur leider nicht getötet. Extrem schade. Der Bullet Drop, Freunde, der ist hier krass in dem Spiel. Der ist hier echt krass in Battlefield 4. Da müssen wir echt mal ein bisschen gucken. Oh, da rennt jemand. Lol. Sogar noch gesessen, nice. Westlich deiner Position scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Okay, der ist da. Das ist mir aber erstmal herzlich egal. Hey, mein Wasser ist beschädigt. Das ist auch ein Panzer. Das ist ihm auch herzlich egal. Der Typ auf dem Damm, der riecht mich auf. Den würde ich gerne haben. Den würde ich gerne haben, den Typen. Westlich deiner Position ist ein Feinfahrzeug. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Den wegzuholen. Komm schon hier hoch. Der auf dem Damm. Oder war der da ganz oben irgendwo drauf? Wir gucken nochmal auf irgendwas. Der ist da mit dem Flugzeug abgespricht. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Lol. Lol. Crazy shit. War zwar kein Headshot, aber trotzdem tot. Geil. Komm schon. Komm schon. Oh, bleib doch stehen, Mann. Getroffen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mann, ich seh nix. Mann, ich seh nix. Mann, das gibt's doch nicht. Die müssen nur mal stehen bleiben, die Typen. Getroffen. Schön. Ich seh nix, ich seh nix. Komm, lad nach. Der rennt bestimmt jetzt rüber. Los. Komm, der will's wissen. Komm, lad nach. Komm schon, ich will den haben. Mann, es ist doch kacke. Ich treffe die nicht. Ich weiß nicht mehr, wie. Ich kenne den Bullet Drop nicht mehr. Ich kenne den Bullet Drop nicht mehr. Ist grad voll mein Fehler hier. Getroffen. Ja. Ja. Komm, lad nach. Komm, lad nach. Komm, lad nach. Da ist noch jemand los. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Da war doch noch irgendwo einer. Wir haben nicht mehr so viel Munition. und das ist der Nachteil, den wir jetzt haben. Wow. Geiles Ding. Sniperwolf. Das hat man ja gesehen, wie du Sniperwolf bist, Digga. Panzer. Schlecht. Oh, shit. Shit. Okay, haben wir den neuen Sniper freigeschaltet. Das freut mich. Das freut mich. Fest nicht, denn der Störer ist ein feindlicher Panzerjäger im Einsatz. Ist er tot? Komm, töt ihn. Der Panzer, der macht uns natürlich jetzt wieder einen Strich durch. Die Rechnung nach hinten. Bei der Base. Kann man Munition anfordern. Brauche Munition. Vielleicht bringt es hier was bei Battlefield 1. Bei Battlefield, bei Battlefield 4 meine ich. Bei Battlefield 1 wissen wir ja, das bringt nichts. Aber bei Battlefield 4 könnten wir mal Glück haben. Wie sieht es aus? 10-1. Lange Runde, aber gute Runde von der KD her. So, wenn wir wieder näher zu den Häusern kommen, machen wir 6-fach rein. Meiner Meinung nach wichtig. Komm, die holen wir uns. Oh, die will ich haben, man. Komm. Shit. Jetzt kriegen wir den nicht mehr. Schade. Extrem schade. Wir haben auch keine Munition mehr. Wir brauchen unbedingt Munition hier, Digger. Oh shit, oh shit, oh shit. Wow. Geil. Ich glaube, wir sollten echt mehr Battlefield 4 zocken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Shit. Schade, das wäre geil gewesen. Wie sieht es aus, 11-1. Naja, trotzdem gut, trotzdem gut, trotzdem gut, trotzdem gut. So, komm. Lass mich spawnen. Lass mich spawnen. Ich will wieder snipen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Sniper, Leute, die ein bisschen mehr Range hat. Das wäre nicht verkehrt. Die SR-61 würde ich dafür natürlich empfehlen. Nur, die habe ich noch nicht freigeschaltet, weil ich ja, wie gesagt, auf dem falschen Account online bin. Aber wir werden sie entweder noch freischalten, oder wir werden einfach den Account wechseln. Kann man natürlich auch mal. Das gehört uns, das ist gut da hinten. Betroffen. Steh auf, Digga. Killhilfe. Was haben wir hier? Scharfschütze. Was haben wir freigeschaltet? Nichts. Oh, da hinten. Da war noch gerade welche. Okay, ist wieder weg. Um auf den Damm müssen wir aufpassen. Westlich meiner Position. Na, da hinten ist ja klar, da sind ja mehrere. Wir müssen die sehen. Das ist das Problem. Oh, von wo, von wo, von wo. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh nein, er wirft eine Granate. Er kommt bestimmt jetzt runter. Festlich von dir scheinlicher Soldat. Oh, ich habe ihn noch gekriegt, Mann. Last kill, oder was? Wurde ich jetzt gebannt, oder was ist los? Wurde ich jetzt rausgeschmissen? Oh, shit. Was ist los? Was ist los? Kaputt, oder was? Kaputt, oder was? 12.1, glaube ich, müsste es sein. Oder 12.2, müsste es, glaube ich, sein. Müssten wir gehabt haben. So, wie sieht es jetzt aus, wie sieht es jetzt aus hier? Natürlich, wie gesagt, ich sniper sehr gerne. Werde bestimmt noch ein paar Eroberungen oder Rush-Runden mal mit reinhauen. Ich bedanke mich, haut rein, selber viel Spaß noch bei Battlefield, was auch immer ihr für ein Battlefield spielt. Und dann bis zur nächsten Folge. Servus. Servus. Vielen Dank.